Ich will ganz natürlich jetzt in das Shooting reingehen und ich möchte jetzt einfach mich wohlfühlen und das auch zeigen, nicht komische extravagante Posen machen, sondern mit meinem Gesicht überzeugen und mit meiner Ausstrahlung und dann kriegen wir das schon hin. Der Look sieht auch mega aus an mir. Kann auch nicht jedes Mädchen tragen. Wirklich gut aus in der Möcke. I can't believe, a little less, I can't believe. Sie ist schon eine Erscheinung auch und nicht nur auf dem Foto. Auch so, wenn sie kommen, wenn sie strahlt. Das ist schon special. Sie ist special. Ja, sie hat schon tolle Augen. Sie ist schon oft zu gehen. Sehr gut. Sie ist super gut zu gehen, ja. Ja. Beautiful. Really cool. I could feel about a boyfriend and him. I could tell the shit that he never did. Up on that, I won't quit thinking I'll never steal you from me. Is that kind of cool? Ja. No, it looks good. Oh, von da oben? Why not? For sure. Yeah, yeah, yeah. Sie hat natürlich jetzt das absolute Hammerlicht, ne? Dieses Gelbe, da wieder so halb die Haare, so gelb macht die andere Seite es pink. Sie ist auch cool. Ja, das ist schon cool. Ja, ja, ja. Sieht sehr gut aus. Kind of cool. Really good ones. Yeah. Really good ones. Very beautiful. Yeah. Das freut mich natürlich, dass ich so weit abliefern kann. Es hört sich auch ganz gut an. Ich würd's gerne eigentlich selbst sehen, aber es ist schon mal gut zu hören, dass es gut läuft. Ja, wir haben's. Oder? Wir haben's, oder? Ja. Sehr gut ones. Oder? Was meinst du denn? Ja. Ja. Also, es sieht so toll aus und ich würde sagen, sie war mit einer der Besten heute. Ja, absolut. Du hast so eine Präsenz vor der Kamera und du bist einfach naturally cool. Ja. Du stehst da und es sieht cool aus. Ja. Geil. Ja. Also, sie, Somalia und William waren die Stärksten heute, oder? Ja. Sehr gut. Danke. Danke. Das war ein sehr schönes Ende. Ja. Ein absolutes Highlight. Danke dir, Semma. Danke. Gerne. Tschau. Musik. Das ist für mich heute das wichtigste Shooting der ganzen Staffel gewesen und mir war es richtig wichtig, dass ich in dem Shooting gut bin, weil das Bild kann auf dem Cover landen und das muss gut sein und dass man heute zu dem Besten gehört. Also, dass ich auch genannt worden bin, ist wirklich das Beste, was passieren kann. Also, ich bin sehr zufrieden. Was? Und? Und? Du, das lief wie am Schnürchen. Das war sehr geil. Also, es war nur positiv. Es war... Eigentlich war so zack und dann war es einfach so okay. Eigentlich hatten die es dann irgendwie schon. Es war richtig geil. Also, die meinten auf jeden Fall, ich war mit einer der Besten und das mit zu Maya und William. Nice. Also, es lief richtig gut. Was hab ich gesagt? Ich wurde mir auch nicht gesagt. Ja. Also, ich hab natürlich gewusst, dass mein Shooting gut lief, aber so wie Selma sagt, war ich wohl eine der Besten heute und das erwärmt natürlich mein Herz. Doch, ich bin richtig glücklich darüber. Ich hab direkt wieder ein Strahlen im Gesicht und ich freu mich so, ja. Ich glaube, so viele Titel haben wir noch nie gemacht, oder? Acht? Acht ist absolute Spitznummer. Aber man muss auch sagen, nachdem wir acht fotografiert haben, waren drei, die waren wirklich absolute mega klasse. Und das war ganz klar die Selma, die Vivian und die Somaya. Ja. Ja.